Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine sorgfältige Zahnpflege sollte natürlich nicht erst anfangen, wenn Sie im Stuhl vom Zahnarzt sitzen. Eigentlich weiss man es ja auch. Mindestens dreimal täglich sollte man Zahn putzen. Natürlich wäre es noch besser, jedes Mal nach dem Essen. Warum muss das eigentlich sein? Weil sich sonst auf den Zähnen ein bakterieller Belag bildet, die sogenannte Plagg. Was bewirkt diese Plagg? Dieser bakterielle Zahnbelag bewirkt zwei verschiedene Zahnkrankheiten. Karies und Paratontose. Und was ist das genau, Karies? Karies hat man, wenn der Zahnschmelz von der Plagg angegriffen ist und ein Loch im Zahn entsteht. Und wie entsteht dann die Paratontose, also der Zahnfleischwund? Der bakterielle Zahnbelag bewirkt nicht nur Karies, sondern auch Entzündungen mit Zahnfleischbluten. Und dadurch entsteht eine Paratontose. Aha. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Also wir haben es gehört, das Zahnputzen würde sich lohnen. Für die gründliche Zahnpflege gibt es jetzt bei Coop, Aronal, Beldent, Binaca, Blendax Antiplug, Bidy Colgate, Dentagard, Elmex, Mentadent C, Bebsodent, Signal und Terra MD. Diese Spitzenmarken gibt es jetzt in allen Coopladen zum Hitaktionspreis. Und hier ein Tipp, um fit zu bleiben. Essen Sie viel Orange, denn in der Orange hat es viel Vitamin C drin und noch 13 andere Vitamine. Denken Sie also daran beim nächsten Einkauf in Ihrem Coopladen. Bargeldlos einkaufen können Sie mit der Coop-Kundenkarte in sämtlichen Coop-Fahrenhäusern, Radio TV Steiner Filialen, Diana Schuhgeschäfte und Coop-Hotel. Holen Sie sich dort diesen Prospekt mit dem Anmeldetalon für Ihre persönliche Coop-Kundenkarte. Frisch von den Coop-Bäckermeistern gibt es jetzt diese feinen Fasnachtsküchchen mit den besten Zutaten. Allen Fasnachtlern wünschen wir jetzt schon viel Vergnügen. Und jetzt schalten wir ihn um in die Studiaküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Eisbergsalat kommt ursprünglich aus Amerika. Er eignet sich übrigens bestens für eine leichte Salatsnacht. Für vier Personen brauchen wir einen halben Eisbergsalat. Er ist sehr ausgiebig. Zwei mittlere Öpfel, 30 bis 50 Gramm Baumnusskerne. Zuerst machen wir die Sauce. Der Saft einer Zitrone wird mit Salatgewürz, ein bisschen Zucker und Salz angerichtet. Ein Becher Joghurt und zwei Esslöffel Öl. Die werden miteinander verriert. Die gescheibleten Nöpfel werden sofort mit der Sauce vermischt, damit sie sich nachher nicht verfärben. Der gerüstete Eisbergsalat haben wir in mundgerechte Stücke geschnitten oder in Streifen. Und die Nüsse gut verhackt und alles miteinander wird jetzt leicht vermischt. Das Rezept für diesen lustigen Eisbergsalat ist in der Coop-Zeitung und ich wünsche Ihnen jetzt schon einen guten. Bevor wir uns jetzt verabschieden, schauen Sie doch bitte noch die Aktionen an. Es sind alles Artikel, die Sie täglich brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Becher Plantamargarine nur 33. Zwei Becher Plantaminusgalorie nur 2,95. Gold-Startpommes frites nur 1,85. Coop-Früchtequark 150 Gramm nur 75. Und noch morgen übermorgen und am Samstag Naturreine Fruchtsaft Happy Day zweimal ein Liter Orangensaft nur 1,90. Und zweimal ein Liter Gräppfrüensaft nur 2,20. Und dann noch die aktuelle Preisschlager. Die Inoxpfanne gibt es jetzt je nach Grösse von 9 bis 19 Franken. Die Bratpfanne mit Teflon Silverstone je nach Grösse von 11 bis 17 Franken. Der Teflon Silverstone Kochtopf mit Deckel für nur 29 Franken. Die Pfannenreiniger Scotsbreit 4 für 3 nur 2,50. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.